Unser Leihspieler Mercan wird wohl aller Voraussicht nach in der Türkei bleiben. Wie es aussieht, hat Fatih Karagümrük die Kaufoption gezogen und nun wird er fest in die Türkei wechseln. Kaufoptionen sind ca. 500.000 im Gespräch. Ja, finde ich sehr, sehr gut. 500.000 können wir gut gebrauchen. Wir planen sowieso nicht mit Mercan, genau wie mit den ganzen anderen Leihspielern nicht. Es ist sehr, sehr gut, dass wir da früh den Transfer abwickeln konnten. Was ist da deine Meinung dazu?